Travis Scott, im Strip-Club statt bei schwangerer Külje Das wird Külje sicher nicht gefallen. Schon lange halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass neben Kim, 37, und Chloe Kardashian, 33, auch Küken-Külje Jena, 20, ein Kind erwartet. Gemeinsam mit Rapper Travis Scott, 25, soll sie bereits im Februar ihr erstes Baby zur Welt bringen. Doch statt mit einem Geburtsvorbereitungskurs verbringt der werdende Papa seine Zeit wohl lieber mit Partys. Am Donnerstagabend wurde der Musiker beim gemeinsamen Feiern mit Freunden im Krazi Girls Strip-Club in L.A. Gesichtet. Külje, die sich mittlerweile bereits im siebten Monat befinden soll, war selbstverständlich nicht dabei. Will Travis vor der Geburt seines ersten Kindes noch einmal richtig aufdrehen? Seit die Babi-Spekulationen erstmals die Runde machten, hatten sich sowohl Travis als auch Külje bislang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf eine Bestätigung oder Zurückweisung der Gerüchte mussten die Fans der beiden bisher auch vergeblich warten. Aber vielleicht hat das Warten bald ein Ende. Schließlich hat es die große Schwester Chloe kürzlich vorgemacht. Gemeinsam mit Freund Tristan Thompson, 26, postete sie ihren Mini-Barby-Bauch und bestätigte damit offiziell die Gerüchte. Und auch Kim soll Külje immer mehr bedrängen, endlich in der Öffentlichkeit reinen Tisch zu machen. Tschüss! Musik 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 Musik